Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Video der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Otto. In dem heutigen Video werden wir uns einige wichtige Punkte, bevor wir überhaupt auf dem Marktplatz verkaufen starten, müssen wir diese paar Punkte beachten. Es geht um Vertragsdokumente, besonders die Nutzungsbedingungen sollten wir hier studieren und uns genau anschauen, was Otto uns hier mit in die Vertragsbedingungen setzt. Des Weiteren schauen wir uns den Bestellvorgang an. Wie läuft der ganze Bestellprozess von Kundenbestellung bis hin zu uns und der Versand an den Kunden. Dann schauen wir uns an, welche Belege brauchen wir denn für die Buchhaltung, damit hier alles reibungslos an die Buchhaltung erfasst und übermittelt wird. Aber auch natürlich die Kundenkommunikation. Hier schauen wir uns an, wie wir den Kontakt zu Kunden aufnehmen können, denn auf dem Marktplatz Otto ist das etwas komplizierter. Die ganzen Punkte werden wir in diesem Video besprechen. Viel Spaß dabei. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal hier Schritt für Schritt alle Punkte durchgehen und schauen, was hier wichtig ist auf dem Marktplatz Otto, um Fehler gleich von Anfang an zu umgehen. Mir sind nämlich viele Fehler passiert, weil ich genau das nicht gemacht habe, was ich euch hier in diesem Video vermitteln möchte. Im letzten Video habe ich bereits darüber gesprochen, wie man Produkte anlegt und wie man eine Testbestellung durchführt. Falls du das Ganze nicht gesehen hast, schau dir das Ganze gerne hier unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox an. Ansonsten möchte ich im nächsten Video euch einmal das ganze Dashboard zeigen und meine Umsätze auf diesem Marktplatz. Denn diese sind beachtungsvoll wirklich zu sehen, was hier auf dem Marktplatz möglich ist. Deshalb mache ich diese Videoreihe, die ich Schritt für Schritt für euch erkläre. Falls du das Ganze nicht verpassen möchtest und dich interessieren aber auch weitere Themen rund ums E-Commerce, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Und falls dir dieses Format gefällt, gib dem Video einen Daumen hoch, das lässt uns hier alle von profitieren. Dann lass uns mal beginnen. Ich bin hier auf dem Otto Partner Connect und generell alles, was ihr an Fragen habt, wo ich hier nicht weiterhelfen kann, vielleicht könnt ihr selbstverständlich das Ganze direkt über Otto regeln und versuchen zu klären. Wir haben hier oben rechts das Hilfe-Button und wenn wir draufklicken, dann kommen wir hier ins Partner Helpdesk und wie ihr seht, haben wir hier sehr viele Positionen, sehr viele Punkte, die wir uns hier anzeigen lassen können und dazu gibt es zu jedem Artikel, zu jeder Option gibt es hier eine Erklärung, falls ihr bestimmte Dinge habt und ihr findet sie nicht, könnt ihr das Ganze hier sogar suchen und dann wird hier sehr gut alles Schritt für Schritt erklärt. Ich werde mich hier anhand des Helpdesks auch halten und werde euch hier versuchen, hier diese Punkte, die ich angesprochen habe, hier Schritt für Schritt zu erklären. Und dann kommen wir direkt zu den Vertragsdokumenten von Otto. Diese Vertragsdokumente könnt ihr jederzeit einsehen. Die Vertragsdokumente sind für jeden Händler hier auf dem Marktplatz Otto, der hier verkaufen möchte, gleich. Dementsprechend haben wir hier auch immer aktuelle Versionen. Hier ist zum Beispiel eine Version, die ab dem 1.10.2023 gültig ist und in Kraft tritt. Wir können aber auch vorherige Versionen der Vertragsbedingungen einsehen, sowie aber auch der Zahlungsdienstleister-Rahmenvertrag, den können wir ihr auch anschauen und so weiter. Ich möchte hier insbesondere auf die Nutzungsbedingungen eingehen, denn hier sind ein paar Dinge zu beachten. Es ist eine ganze PDF-Datei mit 58 Seiten, wie ihr sehen könnt. Und natürlich liest sich das Ganze hier nicht jeder durch. Ein paar besondere Punkte möchte ich hier jedoch dennoch ansprechen, damit du direkt von Anfang an keine Fehler machst. Und zwar, zuerst ist grundlegend zu sagen, alles was auf dem Marktplatz passiert, muss auch auf dem Marktplatz bleiben. Das heißt, man kann nicht irgendwie sich Kunden extern zu sich ziehen, um dann von denen zu profitieren. Wenn die dich irgendwie extern kontaktieren, dann ist das was anderes. Aber sobald du eine Kontaktaufnahme bekommst über den Marktplatz, dann muss es auch auf dem Marktplatz bleiben. Du kannst das nicht außerhalb des Marktplatzes abschließen, also verschiedene Käufe abschließen oder sonst was. Ganz wichtiger Punkt. Sonst wirst du dementsprechend sehr schnell gesperrt und dann gibt es nur Probleme. So, des Weiteren musst du wissen, bei Otto ist es so, dass Otto für dich die Rechnungsstellung übernimmt. Das heißt, ganz wichtiger Punkt, denn das habe ich zum Beispiel falsch gemacht. Ich habe nämlich extern über mein Warenwirtschaftssystem, über meinen Shop die Prozesse abgewickelt, Rechnungen erstellt. Und dann ist es auf einmal so gewesen, dass Doppeltrechnungen erstellt worden sind, was hier nicht passieren kann. Ich kann dir mal eine Rechnung zeigen, wie das Ganze gestellt wird hier von Otto. Das ist hier eine Rechnung. Ich habe natürlich die persönlichen Daten unkenntlich gemacht. Und so sieht das Ganze aus. Die Rechnung wird von Otto gestellt, aber in deinem Namen. Und zwar steht hier, der Verkauf erfolgt im Namen und auf Rechnung von. Dann kommt da dein Firmenname rein. So, dann kommt hier der Name von dem Kunden, die ganzen diversen Daten. Und dann kommt hier das Produkt rein mit den jeweiligen Mehrwertsteuersätzen. Deshalb auch 19% Mehrwertsteuersatz. Dann haben wir hier die Zahlungspartner, Otto Payments. Da wird Otto dann den Kunden drauf bitten, eventuell Vorkasse oder irgendwelche anderen Dienstleister, die er sich ausgewählt hat, hier dann zur Zahlung zu bitten. Und ja, selbstverständlich wird hier auch unten nochmal in der Fußzeile eure Daten eingeblendet. Diese Rechnung könnt ihr dann für eure Unterlagen nutzen. Wir werden auch gleich uns anschauen, wo wir diese runterladen können und so weiter. Diese Rechnung ist gültig und wird von Otto automatisiert, dem Kunden zur Verfügung gestellt. Deshalb solltest du keine eigenen Rechnungen erstellen. Ganz wichtig. So, des Weiteren hier zu den Nutzungsbedingungen. Schaut euch unbedingt folgende Punkte an. Ich werde alles zusammengefasst in der Videobeschreibung reinpacken. Ein paar Punkte möchte ich hier dennoch ansprechen. Und zwar schaut euch an, die Vergütung, die Gebühren, die Zahlungsabwicklung, wie die vonstatten läuft, die Kundenkommunikation, aber auch Garantien zu euren Produkten, die ihr auf dem Marktplatz vertreibt. Das alles könnt ihr hier nachlesen. Und den jeweiligen Bedingungen habt ihr schon bereits zugestimmt, wenn ihr zu diesem Punkt gekommen seid. So, aber auch natürlich AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen, Widerrufsbelehrungen, Markenausschlüsse, welche Marken dürfen verkauft werden, welche nicht. Und Versandanforderungen, aber auch Retourenanforderungen sollt ihr euch hier mal anschauen und das Ganze nachlesen. Ihr könnt das ganz schnell über STRG-F suchen und dann dementsprechend nachlesen. So, okay. Kommen wir zum weiteren Punkt und zwar der Bestellabwicklung. Die Bestellabwicklung läuft folgendermaßen ab und zwar hat hier Otto so einen Prozess gestaltet und den habe ich mal größer für euch gemacht, damit ihr das Ganze sehen könnt. Ich werde den Prozess mal eben schnell durchgehen und zwar der Kunde bestellt hier auf der Seite von Otto und dann geht hier der Auftrag an uns, an den Partner. Der Auftrag wird angekündigt, das sehen wir dann auch bei uns im Konto als angekündigt. So, dann erfolgt das weitere Auftrag. Ist er erfüllbar? Ist Bestand verfügbar? Wenn ja, geht es weiter. Wenn nein, wird es durch den Partner storniert, dementsprechend durch euch und dann erfolgt die Stornierung. Und das hat natürlich zur Folge, dass ihr hier eure Statistiken ein bisschen schlecht macht. Deswegen achtet auch darauf, dass ihr nur Ware anbietet, die ihr auch wirklich vorrätig habt. Wenn der Auftrag erfüllbar ist und der Bestand verfügbar ist von eurer Seite, dann geht es weiter. Dann hat der Kunde nämlich 35 Minuten Zeit, den Auftrag selber zu stornieren. Wenn er ihn storniert, dann wird der Auftrag storniert und dann ist das eine Stornierung durch Otto. Das fällt nicht in eure Stornorate rein. So, wenn der Kunde es nicht storniert, dann geht es weiter zur Zahlungsart, Vorkasse. Wenn der Kunde Vorkasse wählt, dann wird der Antrag auch angekündigt bei euch. Dann hat der Kunde hier zehn Tage Zeit, die Zahlung zu leisten an Otto. Wenn nein, dann wird auch hier eine Stornierung durch Otto erfolgen. Wenn ja, dann geht der Auftrag weiter. Dann ist er bei euch als offen gekennzeichnet und dann müsst ihr tätig werden und den Auftrag bearbeiten. Jedoch wird hier nochmal von Otto geprüft, ist der Bestand verfügbar oder nicht. Denn es kann ja sein, dass in der Zwischenzeit schon über andere Marktplätze oder anderweitig die Ware verkauft wurde. Was ich euch natürlich nicht rate. Ihr müsst diese Ware dementsprechend reservieren in dem Zeitpunkt. Aber wenn die Ware verfügbar ist, dann geht es weiter. Dann wird der Partner es an den Partner übermittelt und der Partner muss den Auftrag als versendet kennzeichnen. Dieser Auftrag wird dann versendet und dann erfolgt weiter durch Otto und zwar die Partnerabrechnung an euch. Die Rechnung per Mail an den Kunden. Ihr hinterlegt ein Return-Label im Kundenkonto. Das passiert auch vollautomatisch, wenn ihr die Daten richtig eingefügt habt zu den Einstellungen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, findet ihr hier ein Video oder unten in der Videobeschreibung. Und dann bekommt der Kunde eine Tracking-Information, so wie sich die Ware dann verhält. Er bekommt auch die Information, wann die Ware bei ihm zugestellt wird und vieles mehr. Hier bietet Otto nochmal so ein Diagramm oder so eine Prozessgestaltung zu einer Retoure. Den Ablauf, den könnt ihr gerne auch nachlesen. Das weiter unten in der Videobeschreibung werde ich euch hinzufügen. Falls ihr Fragen habt zu irgendeinem Thema hier, gerne auch die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen und helfe euch weiter, wo ich kann. Ansonsten gerne auch hier oben, wie ihr seht, könnt ihr ein Ticket eröffnen. Direkt an Otto. Dann könnt ihr euch mit Otto in Verbindung setzen und das jeweilige Problem und Thema besprechen. So, kommen wir weiter zu den Belegen für die Buchhaltung. Das werde ich vielleicht in einem separaten Video nochmal genau erklären. Ansonsten ganz kurz mal gesagt, wenn ihr Belege für eure Buchhaltung braucht, spricht da erstmal mit eurem Steuerberater, welche Belege er dafür braucht. Vielleicht hat er schon Erfahrungen mit Otto. In meinem Fall ist es so, dass ich folgende Belege zur Verfügung stelle. Ich drücke hier mal auf Finanzen. So, und bei den Finanzen seht ihr hier, habt ihr folgende Zahlungsbelege. Das sind nämlich Zahlungen, die ihr von Otto an euer Konto überwiesen bekommt. Abzüglich der Provision der Gebühren natürlich schon. So, diese Daten solltet ihr unbedingt an euren Steuerberater oder für euch ablegen. Denn das sind die Zahlungen der Umsätze. So, des Weiteren haben wir hier Unterpunkte wie Kontoauszüge. Bei den Kontoauszügen könnt ihr bestimmte Zeiträume festlegen und könnt dann den Auszug dafür erstellen. Und wir haben den Unterpunkt Marktplatzgebühr. Auch bei den Marktplatzgebühren könnt ihr dementsprechend alle Zahlungsräume festlegen, die ihr braucht für den jeweiligen Monat und könnt dann die Dinge auch als PDF oder CSV-Datei speichern, so dass euer Steuerberater die bei sich im System einspielen kann und das Ganze betrachten kann. Wir haben hier noch einen Servicegebührpunkt. Das sind nämlich Services, die ihr vielleicht in Anspruch nehmt von Otto selbst. Durch verschiedene Werbeaktionen oder Kampagnen könnt ihr hier dann dementsprechend auch herunterladen. Ein weiterer wichtiger Punkt, da bekommt ihr auch eure Ausgangsrechnungen, die an den Kunden versendet werden. Die findet ihr unter Aufträge. Und dann habt ihr hier den Unterpunkt Kundenbelege. Da drückt ihr dann drauf. So, und hier haben wir dann die Möglichkeit, alle Rechnungen herunterzuladen im Format PDF, aber auch CSV 2.4. Des Weiteren haben wir auch sowohl die Erstattungen, die wir alle herunterladen können, und alle CSV-Dateien. Das zum Beispiel stelle ich auch meinem Steuerberater zur Verfügung. Das wird dann gesammelt als CSV-Datei überspielt und er spielt das in sein System ein, wie zum Beispiel Dativ und so weiter. Und dann wird das Ganze schlüssig hier übermittelt und kann hier dementsprechend gut genutzt werden für die Buchhaltung. So, kommen wir zum letzten Punkt, und zwar der Kontaktaufnahme mit dem Kunden. Generell habt ihr hier die Möglichkeit, unter dem Punkt Kundenkommunikation mit dem Kunden zu kommunizieren. Wenn ich mal draufklicke, habt ihr hier die ganze Kommunikation, aber nur, wenn euch der Kunde kontaktiert. Das bedeutet, er kann in seinem Konto, in seinem Profil auf otto.de euch als Verkäufer kontaktieren, wenn irgendwas nicht passt. Wenn er zum Beispiel auch den Artikel zurücksenden möchte, irgendeinen Garantiefall und, 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 dann kontaktiert er euch. Wenn aber jetzt ihr zuvor ab, bevor ihr die Ware versendet oder im Nachhinein den Kunden kontaktieren möchtet, dann ist das ein bisschen schwieriger als auf anderen Marktplätzen. Und zwar haben wir hier Verkäuferanfragen. Das ist nämlich der Punkt, wo wir den Kunden dann kontaktieren bzw. die Kontaktaufnahmen sehen. Ich klicke einmal drauf. Genau, und hier werden dann alle Punkte aufgezählt oder alle Kommunikationen, die zwischen Kunden stattgefunden haben. So, und ihr könnt aber jetzt keinen Kunden direkt hier auf dem Marktplatz selber kontaktieren. Vielleicht wird das Otto noch in Zukunft ändern. Wenn du das Video jetzt schaust, ist es jedoch zum Zeitpunkt jetzt anders. Wie können wir nun den Kunden proaktiv, wie das hier heißt, kontaktieren? Und dazu hat Otto auch eine gute Erklärung gemacht. Und hier solltet ihr folgende Punkte beachten. Generell dürft ihr den, wie zu Anfang schon angesprochen, nur kontaktieren, wenn auch wirklich etwas mit dem Bestellprozess oder generell mit der Bestellabwicklung zu tun hat. Diese Punkte müssen eingehalten werden, um die Kontaktaufnahme recht zu fertigen zu können. So, des Weiteren müsst ihr dann schauen, was genau. Zum Beispiel in meinem Fall habe ich die Kunden oft kontaktiert, wenn irgendwas mit der Kontakt- oder Adresse nicht gestimmt hat. Um da sicher zu gehen, könnt ihr den Kunden kontaktieren. Und zwar wird das Ganze hier erklärt, wie genau das ihr machen könnt. Und zwar geht die Kontaktaufnahme nur per Mail. Und da müsst ihr dann beachten, dass ihr die Auftragsnummer nennt in der Betreffzeile und genauso wie hier gekennzeichnet in diesem Pfeilchen die Verkäuferanfrage. Nur dann kann die E-Mail an den Kunden gelangen und wird den Kunden erreichen. Anders geht es einfach nicht. Ihr werdet auch immer eine Fehlermeldung bekommen, falls die E-Mail nicht angekommen ist. Also wichtig ist auch nur, mit der E-Mail-Adresse könnt ihr den Kunden nur kontaktieren, die ihr auch bei der Kundenkommunikation hinterlegt habt. Das haben wir auch in den Einstellungen festgelegt, falls du das Ganze nicht gesehen hast. Auch hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung nochmal nachschauen und genau sehen, welche Mail-Adresse du hier hinterlegt hast. Das ist wichtig. Des Weiteren haben wir hier verschiedene Dinge, die noch zu beachten sind, wie zum Beispiel Betreff darf nicht über 255 Zeichen sein. Das ist wohl selbstverständlich. Und vieles mehr. Lies das Ganze nach, um hier sicher zu gehen, dass du alles einhalten kannst, was hier Otto fordert. Genau. Soweit dazu. Alle Informationen, wie schon bereits gesagt, unten in der Videobeschreibung, falls du dazu Fragen hast, gerne über die Kontaktaufnahme in den Kommentaren mich kontaktieren und dann werde ich so schnell wie möglich darauf eingehen oder andere Zuschauer können hier auch weiterhelfen. Und sehr gerne sind dazu alle eingeladen, uns gegenseitig hier zu helfen. Falls dir dieses Video gefallen hat und informativ war, dann gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert hier mich und hilft anderen weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn noch nicht geschehen, abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Marktplatz Otto, aber auch auf anderen Marktplätzen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute. Ciao.